Vielen Dank, schön heute hier zu sein. Ich bin vor kurzem nach Köln gezogen. Alles für diese Reaktion. Ich fühle mich sehr wohl in Köln. Zum ersten Mal habe ich in Köln gemerkt, dass Menschen auch keine Arschlöcher sein können, was echt cool ist. Allerdings frage ich mich hier mal so ein bisschen, wie die Bauwerke zustande kamen. Also zum Beispiel das eine Einkaufszentrum, da frage ich mich, wie die Sitzung aussah, ob da so Architekten dran saßen. Und der eine so, das Einkaufszentrum ist zu heiß. Und der andere dann so, also entweder wir bauen eine Klimaanlage hinein oder wir nehmen ein großes fettes Eis, drehen es um, und setzen es aufs Dach. Ich habe auch ein bisschen Poesie dabei. Der Text heißt, wenn alles anders wäre und behandelt die Frage, was wäre, wenn alles anders wäre. Prequel, wenn alles ein bisschen anders wäre. Sequel, wenn alles anders wäre. Versus Predator. Und der Feuerkelch. Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Alles könnte ja auch komplett anders sein. Dann sehen Politiker aus wie Menschen und nicht wie böse Zauberer in einem Disney-Film. In ausnahmslos jeder deutschen Stadt wäre die Bahnhofsgegend der schönste Ort und Leute würden Postkarten schicken, auf denen steht, schaut mal, wo ich gerade bin. Bahnhofsgegend. War ein bisschen schwer zu erreichen, aber der Blick ist fantastisch. Alles wäre anders. Facebook wäre sozial. Clowns wären lustig. Sozialpädagogik wäre ein angesagtes Berufsfeld. Was, du hast Sozialpädagogik studiert? Krass. Ich habe gehört, da kann man richtig Asche mitmachen. An der Stelle beschweren sich über so ein paar Sozialpädagogen, die sagen dann immer so, hey, das ist voll das schwere Studium. Fünf Jahre lang Mandalas ausmalen. Richtig kompliziert. Alles wäre anders. Geld wäre wirklich nur bedrucktes Papier und Mathematik verboten. Man müsste nach Mexiko fliegen, um dort unter der Erde mathematische Formeln zu kaufen. In einem Meth-Labor. In der Schule hingegen müssten die Kinder den ganzen Tag Drogen nehmen. Excesi schmeißen, Blech rauchen, Kröten lecken, das volle Programm. Und die Kinder würden sagen, ich will keine Drogen nehmen. Ich will raus in die weite Welt, nach Bangladesch, T-Shirts nähen und mich selbst verwirklichen. Und die Eltern würden sagen, nein, bevor du deine Drogen nicht genommen hast, bekommst du gar nichts. Versicherungen würden einen versichern. Fleisch wäre aus Fleisch. Aids so etwas wie eine Superkraft. Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Aids-Man. Der Typ, der nie von den Bullen gefickt wird. Apropos. Polizisten wären dein Freund und Helfer. Immer wenn sie kommen würden, wäre es total lustig, weil sie nach jedem Einsatz eine Stripeinlage machten. Deutsche würden in die Schweiz fahren, um einzukaufen. Schweizer würden nach Deutschland kommen und sagen, mein Gott, was habt ihr für einen tollen Käse. Und man würde jedes einzelne Wort von dem, was sie sagen, verstehen. Es klänge nicht wie ein Xylophon, das die Treppe herunterfällt. Ich habe letztens so Zürcher Hip-Hop gehört. Ich dachte, erstes sind afrikanische Klicklaute. Ich bin gar nicht drauf klargekommen. Wenn alles anders wäre, würden Bäume harzen. Mit TZ. Bäume wären richtig faul. Die würden den ganzen Tag nur herumlungern. Und wenn man sagen würde, hey Baum, such dir mal einen Job, würden sie antworten, hast du Blättchen? Trauerweiden würden sagen, hat doch eh alles keinen Sinn. Tannen würden sagen, ich heiße Tanné. Pappeln würden sagen, ein Glück, dass ich weiß und privilegiert bin. Büsche würden sagen, ich bin ein Busch, ich mach Geräusche. Busch, 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 Busch. Im Fernsehen würden sie Kakerlaken mit pürierten C-Promis einreiben. Den Kakerlaken stünde der Ekel ins Gesicht geschrieben. Aber sie müssten dadurch, um die Alimente zu zahlen. Und alle großen Städte hätten ein Problem mit Panda-Bären-Babys. Es wäre eine richtig süße Plage. Die Leute würden sagen, komm, lass uns zum Italiener gehen. Ich habe gehört, die räumen in der Küche ihren Müll nicht weg und haben Panda-Bären. Da müssen wir mal einen Kammerjäger vorbeischicken. Und Kammerjäger wären dann so kleine Mädchen, die Fotos mit ihrem iPhone machten und dabei rufen, nein, ist das sweet. Generell würden die Leute keine Fotos von sich selbst machen. Statt Selfies wären Otheries, der letzte Schrei. Also Fotos von allen anwesenden Menschen außer einem selbst. Also ganz normale Fotos. Wenn alles anders wäre, würden Bienen, Blüten, Sex am Beispiel zweier fickender Menschen erklären. Bienen wären richtig versaut. Sie würden mit kleinen Dildos durch die Gegend fliegen und Blumen mit Handschellen fesseln. Der Frühling wäre die ekligste Jahreszeit. Er hieße nicht mehr Frühling, sondern Fifty Shades of May. Nervös wäre das neue Cool. Ich wäre sowas wie der coolste Mensch auf dem ganzen Planeten, ja. Leute würden auf mich zeigen und sagen, krass, schau mal, wie der zittert und schwitzt. Und das, obwohl er in so einer Stresssituation ist. Mann, der hat Nerven. Und Leute wären richtig nett. Die Person an der Kauflandkasse würde nicht fragen, wie der Einkauf war, weil sie das vertraglich muss, sondern weil es sie interessiert. Und man würde nicht etwas antworten wie, naja, geht so, war halt ein Einkauf. Kennst du einen, kennst du alle. Sondern scheiße, war dieser Einkauf geil. Das war der Einkauf meines Lebens. Schon bei den Eiern dachte ich, das könnte der beste Einkauf meines Lebens werden. Aber dann hat das Schicksal immer noch mal einen draufgesetzt. Mit dem überteuerten Spüli und dem überteuerten Shampoo und den Boulevardblättern, die doppelt so teuer sind wie das Klopapier, weil die Scheiße schon drin ist. Wenn alles anders wäre, wäre dieser Text hier richtig furchtbar. Aber die Performance, hui, ihr macht euch keine Vorstellungen. Die Nachbarn würden die Polizei rufen, weil es ihnen zu leise wäre. Und die Polizei würde mich nach einer Stripeinlage spontan verhaften, weil es ihnen zu dope wäre. Alle Nazis würden sich in Luft auflösen. Alle hätten einfach eine richtig gute Zeit. Und darum geht es doch. Vielen Dank.